Was ist der? Das sondern nicht. 69 90 Yay! Tatsache 69 Ähm... Du 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 yo Jo ich könnte sich... Oh was ist voll, oh locken wir kaum, ich verspreide dich voll Und hier wird die schon abgebaut, aber wird nicht gebaut. Sind wir das geschraubt? Wir haben das geschraubt. Das ist es. Dann werde ich das mal einfach. So, weil ich kann. Aber hier können wir sowieso kein Tuch einbauen. So was einbauen. Ist ne kleine Ladung, aber das reicht fürs Erste. Da ist immer wieder. Da liegen die Steine rum. Die brauchen doch keine. Größame Steinnahmen. Und wir haben genug, aber... Ach, jetzt wird er gebaut. Jetzt wird er gebaut. Das ist ja gut. Ich muss immer ne Aufnahme gehen, Alter. Ja, Steine, Ich bin... Ja, ich weiß, dass es voll ist. Ich kümmere mich davon. Ach, hier zwei Bäume. Oder drei. Weiß ich nicht. Schade, da weiß ich nicht. Das ist schon geerntet. 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 Wir müssen ein bisschen breit. Oh nein, wir müssen 21 Leute ernähren. Das ist super. 40 Leute. Das ist scheiße. Das kann sich Leute jetzt ernähren. Ernsthaft. Das ist eigentlich sehr wenig. Das ist... Das ist schon krasse. Und hier... Welchen wird das Völkchen aus von den Leuten? Über ein Jahr. Und da kriegen wir keine Zeit. Boah. Hast du das Völkchen? 200? Oh. 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 300. Ich hoffe, dass es mehr wird. Also 600 hätte ich mir erwartet. 600 müssen es werden. Äh. Das hat nicht so viel gebracht. Ich denke mal so an dort. Ich bin das hier ernst. Ich hab mir gedacht, dass Leute auch nicht mehr bringen. Ich glaube es einfach nicht mehr. Deswegen. Es kam wieder ein Problem. Weil Drängen war... Das ist recht doch nie im Leben. Okay. Es wurde gerade noch ein bisschen mehr Korn. Und viel Pepper. Man, 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 man. Es ist schon wieder... Stop, stop, stop. Ich hab's noch nicht mehr. Oh. Die müssen wir einfach noch nicht mehr machen. Also zwei, weiß ich nicht. Pepper, will es irgendwann mehr mehr? Ich weiß aber nicht, dass ich mir 75 bringt. Das wäre jetzt... Ich weiß nicht, dass es mir 75 bringt. Quatsch. 75, das reicht nur für ein Haus. Ah, jetzt wird sie ja was. Jetzt wird schon was. Ich weiß, dass es voll. Das müssen wir immer noch nicht sagen. 2, 1, 3... Ich glaube, es wird immer mehr, oder? Es wird ja bis heute noch zum Lager gebracht. Also vom Korn, ich dachte eher 400, wenn ich nicht will. Ach, jetzt wurden es ja auch mal 400, war du, ne? Oder hab ich mich schon wieder verlegen? Verlegen, aber guck. Na, ich glaube, es gibt sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe trotzdem nicht mehr in Erwartungen entsprochen. Ich weiß auch nicht das größte Feld, aber... Trotz ein bisschen besser jetzt aufsuchen, ne? Oh, das wird glaube ich noch mehr. Das wird doch jetzt alles hingetragen. Also sagen wir mal, fast 1000 haben sie gemacht. Aber ist also noch nicht so viel, ne? Wir verlieren die ganzen Sachen rum. Ah, jetzt können wir auch nicht das anpflanzen. Na, Mist ist das Mist. Ach, was, 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 was können wir denn? Ich hoffe, dass es nicht so schnell voll geht. Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass es nicht voll geht. Sonst haben wir die Probleme. Die Läne ist nicht gut. Und, ja, wir können hier schon mal das zweite Feld bauen. Weil, wer hätte gesagt, dass wir das anschalten müssen. Keiner. Jetzt können wir dann nochmal schön so einen Weg. So einen Weg noch anbauen. So. So, und so, und so, und so. So, was können wir dann nur, äh, wir können nur Äpfel anpflanzen. Aber Äpfel machen wir doch eigentlich nicht zart, oder? Und wenn wir da zehn Äpfel anpflanzen. Ich meine, das machen wir das nicht für den ganzen Tag. Auf die Ball ist das ja ein Trinkmittel. Sie müssen sich eigentlich irgendwie so eine Wasserpumpe bauen. Oder irgendwie so einen Eimer, so einen Trinkteil machen. Wo dann immer so Menschen da arbeiten und dann trinken da rein. Und dann, weißt du, was ist da Bescheid? Wäre noch, wäre sogar noch, würde mehr Sinn ergeben. Äh, wieviel Farmer brauche ich denn dafür? Fünf. Nur ein Farmer dafür, das ist ja, das geht doch total. Habe ich ja schon ein Wottkata? Wottkata habe ich auch schon fahrt, das stimmt. Und das war ja. Ich habe ja noch sechs Reihen. Sechs habe ich davon. Einer ist da auch noch. Und wo keinem zweiten Wottkata machen, das ist hier. Und das ist schlecht. Das ist jetzt mal. Ja. Wippen. Jetzt. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Und ich könnte ja. Dann stehe ich ein bisschen drücker Auto. Ich werde jetzt ein Wickenklatschen werden. So. Oh, noch ein Wickenklatsch. Sollte ganz schön sein, oder? Der Silberwein. Der Silberwein. Der Silberwein. Da. 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 Stainless. Ähm. Okay. Mir ist 100 Potillo aus der Reihenkunde. Wie viel habt. Wir müssen, wir können was bauen aber. Nein. Ich bin jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt schon wieder fast kein Essen mehr. Wir haben noch nicht mal Winter. Wir sind noch nicht mal über den Winter. Also können wir gerne Häuser bauen. Wir haben auch noch Potatoes. Wir haben auch noch Potatoes. Und die. Die haben Pepper sogar schon. Korn haben die. Und Potatoes haben die. Feuerholz haben die auch. Also Feuerholz. Darum können wir hier ja gerade von. Ne. Sollte ja alles ganz gut sein. Jetzt haben wir vier Felder. Also im nächsten Jahr. Ne. Erstens in zwei Jahren wachsen wir. Ah. Ich hoffe dass wir da nicht an dieser Zeit. Wie viele Leute bekommen. Mittlerweile sind sie ja immer noch 20. Und mal gucken wie alt die sind die sind ja mittlerweile auch. Die sind ja noch ganz so alt. Da haben wir ja noch Zeit. Ja. Ähm. diese, wie gesagt, schöne Map eigentlich. Sieht fast so aus wie Berlin, oder? Von oben. Kommt doch schon fast hin, ne? Das ist Berlin vom Abkommen in allen Zeiten, ne? So, um. So, um. Das ist ein Kasten. Gar nichts mehr. Ja, ich weiß, gut ist los, ne? Ja, gut ist los. Fischer wäre jetzt gut, glaube ich, ne? Also, ich weiß nicht mehr, ob auf der Woche klingt, ob man das hier will, ne? Hm. Ich muss einbauen, glaube ich. Hm. Das ist eine schwierige Frage. Okay, wenn er hier genug ist, sonst ist das noch ganz neu. Okay, hm. Dann brauche ich da einfach so ein Pushing-Dock hin. Sollte uns nicht schaden. Ähm. Dann arbeiten die, den ist nicht immer erstens wärmer im Winter. Und ja, das ist ja ganz gut dann. Hm. Ja, irgendwas ich gar nicht sagen soll, aber... Ich glaube... Es wird ja schon nur hingebraucht. Ne, die Sachen. Okay, das geht jetzt recht schnell. Und dann können wir das auch schon bauen. Und wenn es gebaut ist, dann können wir auch ein... Letztendlich... Äh... Ah, boah, 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 boah. Und so noch ein paar Steine. Und vier Steine. Vier Steine. Oh, jetzt kann es ja ungebaut werden. Doch Bilder. So, zwei Bilder. Und dann haben wir noch Pushing-Dock. Und dann könnten wir noch ein bisschen mehr bekommen. Weil wir haben dann hier ein bisschen Korn. Ein bisschen Pepperehandel. Naja, aber es kann nicht mehr. Und ein bisschen Fisch da noch. Das ist doch ganz gut schon, oder? Und zudem ist mir ein Grott. Ach, jetzt ist es schon gebaut. Zwei Nägel oder was? Zwei Nägel. Das ist ein Fremdsort, glaube ich, oder so? Ach so, die hat nicht gebaut. Ich dachte schon, dass ich... Wenn man mit eins schon gehen kann, ist ein Grinland. Ich kann manche Grinland sehr weit verpassen. Das ist keine Grinland. Das ist kein Grinland. Ähm... So, 45 Leute. Okay. 40, 41, 41, 42, 42, 45, 45. 45 und fertig gebaut. Und wir brauchen Fischer. Wieso keine Fischer gibt es? Und dann kommen wir jetzt auf Fische. Das ist ganz gut. Und dafür stelle ich hier in dem Bereich. Also ist das ganze Kirschung. Einmal Fischern jetzt kein und dann wieder raus. So, gucken wir mal, ob wir die ersten Fische bekommen. So, inch und inch. Schmerz. Also, interessante Frage. Schneider heißt das. Das ist wirklich Schneider. Krass. Early Winter. Oh, endlich. Der Winter ist vorbei. Das wird heißen. Wir haben endlich. Warte, komm. Oh, ne Mikro 515. Obala. Waren wir wieder. Ja. Ich bin jetzt auf Fische. Ich hab einfach mal was. Okay, wie viel brauchen wir jetzt essen? Sogar. Bisschen. Nur noch weniger. Also über den Winter kommen wir jetzt noch. Das glaube ich jetzt. Weil jetzt sieht man jetzt schon, es wird schon wieder grüner. Ähm. Über den Winter kommen wir jetzt noch, glaube ich. Und danach sollten wir, ähm, schnellstmöglich noch anfahren sind, weil sonst kommen wir hier die Probleme der Probleme. Und es muss immer eine Aufnahme geben. Ich weiß nicht, 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 ob das ist. Und dann hat ein bisschen das Mausgrad bewegt. Ha ha ha. Und dann sagt man nämlich, oh, er bewegt sich. Ah, so, er trinkt doch nicht. Jetzt hat er mir nicht mehr verraten. Und der hat er gerade einen Autosave gemacht. Das ist ganz gut. Und boom, 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 boom. Ich hoffe, dass der Fischer ist auch etwas beriend. Weil ich hab erst Gefühl, dass es einmal nicht beriend ist. Doch, Fisch, Ast, Fisch. Na, ja, doch, da kann man reden, aber es ist nicht viel. Es ist immer in einer ganz kleinen Ladung. Der Fischer ist eigentlich immer so total unnötig, aber Iron 2 haben wir nicht 20. Wie viel Wood? Player Wood haben wir noch. Player Wood, Tiger, Stone, Iron, was haben wir noch alles ganz gut? Player, heute sind wir da ein bisschen, ja. Das ist alles ganz gut. Die 200 ist das Limit. Und bei mir ist jetzt kein Limit, Alter. Also nach 350. Und wir haben noch ein Kunkholz, also Dekas, ja. Aber, wie ich gerade gesagt habe, so sollte man eigentlich nicht denken. Ich habe nicht nur den Holz, da könnte ich das mal auch nicht gewachsen, ne. Naja, später können wir sagen, dass wir eine Baunimmel eigentlich bauen möchten. Klappst du hier was raus, oder was? Okay, ich glaube, dass da keine Bäume wachsen. Ich glaube, dass da keine Bäume wachsen. Weil dann muss ich da was hinbauen, einfach, ne. Ja, ähm, man ist ja nicht der Winter vorbei. Der Winter muss dabei gehen. Der Winter muss vorbei. E, G, E, 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 E. Ja, wie gesagt, in den letzten Tischen, vier Felder, ähm, aber die Dings da, ne, diese Felder hier, die werden dieses Jahr nicht reif. Die werden das letzte Jahr reif, also für dieses Jahr ist ja noch nichts da. Und wir sind jetzt, oh, wir haben ja mehr Arbeiter, ne. Kann nicht mehr reden. Äh, wir haben jetzt mehr Arbeiter, und das ist uns gut eigentlich. Und, ich glaube, im nächsten Mal.